So, da sind wir wieder Zugriff, wir gucken mal an Bad Reisern. Wir sehen immer wieder aus mit den Typen hier und hier. Wir sehen uns jetzt das Kuchen wieder aus und hier sieht es mit dem Minderabgang aus dem Pingamende. So, jetzt werden wir jetzt unter das Wasser. Das ist nicht okay. Das ist mir jetzt fast für mich. Ok, es sieht so aus, als wenn dieses Spiel geht sehr weit. Auf einmal passt das man wahrscheinlich nur eine Zeitregion besuchen wird. Ich hoffe, dass es schon wieder zurückkommt ist. Diesmal ist es ein Doppelang, oder? So, dann wollen wir zu. Ok, damit es uns nützt hat, dann können wir wieder. So, dann können wir wieder. So, dann können wir wieder zurück. 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 Ich bin, bin ich. Hat die Anfänger nicht so anziehen, aber ich bin, sieht man, sondern wir sind nicht auf vielen Stufen. Da ist es nicht auf die Landpalette wahr. So, wenn ich das Ding aufzustellen kann, sollte ich mein Buch lieber nicht wechseln. Und hier haben wir einen Pfaffler, das hatten wir ja einigen Jahren gesehen, dass er sich mit einem Pfaffler angestellt hat. Und hier haben wir einen Pfaffler angestellt. 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 Ich habe den Anweslamm von Faber-Geräusern gesehen, dass ich den Anweslamm von Faber-Geräusern Die Knazel wiederbelegt. Okay, das hätten wir vorher nicht anmachen, oder? Ich habe noch eine Menge zu lernen. Okay, das wird wieder antochen. Oh, okay. Okay, so ist es. Okay, so ist das. Wir müssen noch einmal ein bisschen drüber. Oh, okay. 9. 8. 10. 11. 12. 13. 15. 21. Okay, I'm going to remind you, I'm going to go in the engine. Hmm. Hmm. Okay, so in der Wasser rein, na gut. Also in der Ordination. Gut. Ich bin jetzt in Wettwasser. Ich bin für eine Sache, die man sich nicht verlassen kann. Ich bin für eine Sache, die ich in die Kruppe sitze. Naja, wir hatten eigentlich... TIEF! Obwohl wir auch hier gar nicht ein bisschen zuhören, sondern machen, weil wir das B. Okay. Also haben wir es gemacht. Äh, wenn... Ja, ist es. Wenn ein B.O.B.O. dabei war, war das so unheimlich laut. Und man hört hier dann die Leute nur. Ich glaube, man hat mich jetzt noch. Okay. Ja, das ist gut! Okay. 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 Das war schon ein paar runde. Das war schon ein paar Runde. Das war schon ein paar Runde. Da kann ich sie nicht. Ich kann es hier auch noch an. Ich habe noch ein paar Runde. Ich habe noch eine große Runde. Ja, ich schicke die noch von der Bomben von mir, was es soll. So, jetzt sind ziemlich ein paar Bomben hier, aber... ...ne, die haben wir in der Lackstrecke, die haben wir in der Lackstrecke, und die haben wir in der Lackstrecke, ...und ja, die haben wir in der Lackstrecke, und das ist eigentlich vom Level her. Da ist die Lackstrecke, dass die genau so Spaß wird hier. Klar, anders geht's immer aus der Reine, mit dem Gare doch. Und jetzt ist das so. Jo. So. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Schaut, dann geht die Arena weiter vor. Du mal, wir sind da so bereit. Also, jetzt will ich mich ziehen. Obwohl, jetzt weiß ich mal die Folie. Und ja, ich mach mal ein bisschen langsamer, ob es normales geht, und dann wollen wir mal gucken das ist ein besiegerieses Geschenk,ставte das aufsuchen... Und das ist ein bisschen, oder? Ich habe es alles gesagt, du lösst, du lösst, du lösst, du lösst. Und das ist ein bisschen... Oh Gott. Oh, das ist ein wenig für dich. Das ist dann halt so gut, aber Ja, das ist dann da Ja, das ist auch nicht so ganz alles. Wir haben schon das Kumpel ausprobiert. Aber das Herz hier tut man glaube ich nicht. Jetzt kommt es ein Kumpel aus dem Baum. Das ist ein Kumpel aus dem Baum. Wir nehmen uns an die Aktuell-Protmone-Köhe, weil wir das ja nicht trocken müssen. Wir fangen jetzt nach Knappchen. Wir sind jetzt hier in der Knappchen. Aber hier, dass wir uns ein Knappchen verpassen können. Das sieht auch kalt aus dem Wasser-Protmone-Köhe. Ich glaube, wir haben eine Zeit. Maschern, das war... Ich glaube, das war schon fast ein Minurabag. Okay, müssen wir auf dem... Somit haben wir das Motoren-Bergen-Marsch. Ich habe ein bisschen für die Steins. Ich habe mir auch noch ein paar Pizze. der flach ist die 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 der Okay, da war es noch nicht so. Puske, 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 Puske! Ja, da war's. Puske, Puske! Puske! Und dann, da war's! Das ist ein Wunderland, das ist ein Wunderland.